Ja, New Devon. Die Heimat der Gründer von Libertalia. Und dort bringt Rafe deinen Bruder hin. Der Schatz ist bestimmt dort. Wir müssen Sam retten, bevor sie ihn finden. Sieh mal. Da oben. Ich hab mir den Wagen von Shoreline geborgt. Du bist von da oben runtergerutscht? Na, das war der schnellste Weg. Jetzt müssen wir noch herausfinden, wie wir hochkommen. Und? Bist du schon lange hier? Auf der Insel? Ein paar Stunden. Hast du die Kolonie gesehen? Na klar. Brauchst ja Luft. Nicht unglaublich, oder? Ich hab mir nicht alles. Ich wollte vor allem gut. Klar. Ist das ein Aufzug? Sieht ganz danach aus. Mann, Avery hat die besten Ingenieure seiner Zeit beschäftigt. Damit hat er bestimmt den Schimpffluss aufwärts gebracht. Ja, gut möglich. Da ist dein Auto. Wir müssen nur da hoch. Okay. Was meinst du? Wo lang? Ja. Das ist zu hoch. Wir müssen woanders lang. Es muss hier doch etwas geben. Na bitte. Da krieg ich dich hoch. Super. Hey, meinst du, es gibt noch einen anderen Weg hoch? Äh. Hey, hier oben ist ein Weg. Schau mal, ob du was brauchbares findest. Ja. Hey, ich habe hier was. Warte. Vor mir. Sogar. Unten. Danke. Warte. Danke. Oh, come on. Oh, hey! Hey, guter Sprung! Nicht schlecht, was? Super, um 2.0 zu verhalten. Gut. Los, wir sehen uns drüben. Komm, nicht gut. Danke. Alles klar! Halbwegs. Alles unter Kontrolle. Versuch, hier hochzukommen. Ja, ja, verstanden. Hier drüben. Nate, kommst du da irgendwie raus? Scheint eine Sackgasse zu sein. Vielleicht läuft der Aufzug noch. Das glaube ich kaum. Er ist 300 Jahre alt. Die Wetterkorrosion. Meine, wer weiß, ob der jemand... tenthere Wetter. Genau. Tönen Sie mir. Das Ding funktioniert, irgendwie im Glauben. Ich habe zu früh gefreut. Weißt du, wir sehen uns einfach oben. Wir sehen uns auch oben, oder? Hier ist das Ding. Ich bin ein Teil von unten. Ich bin ein Teil von oben. Sehr elegant, Schatz. Nichts dabei. Okay, wo geht es zum Auto? Fahr weiter oben, können wir es leichter finden. Ja, gute Idee. Wenigstens bewegen wir uns etwas, oder? Sieh mal, Schorlein. Die haben dein Auto. Genau genau ist es hier auch. Holen wir es uns wieder. Bleibt fast auf, Leute. Eine Spur von ihr? Noch nicht, aber sie kann nicht weit sein. Ich glaube, die Schatz ist hier. Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Spricht dein letztes Cabbage! Ah, so gefällt mir das! Okay, ich glaub, das war's. Vorlein hat sein Riff jedenfalls zurecht. Der Kiel ist vor noch mehr. Siehst du einen Weg raus? Fluss abwärts. Was ist das? 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 Hey, Vorsicht! Hey, Vorsicht! Hey, Vorsicht! Nein, das klappt nicht. Ist blockiert. Okay, ich versuch das andere. Oh, das hätte man ahnen können. Und hinter Tür Nummer zwei? Das hier scheint zu gehen. Gut gemacht. Alles gut. Dann mal los. Verdammt, das war knapp. Fast. Wir müssen schneller sein. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Was hat's? Festhalten. Ach, wir schaffen es. Hey, du klingst überrascht. Vielleicht ein bisschen. Und wir sind oben. Hier stehen die Chancen, dass der Aufzug geht. Ah, bis jetzt waren es zwei von zwei. Ja, das heißt, das nächste Desaster steht an. Das Wasserrad läuft. Ein gutes Zeichen. Wer hier wohl gewohnt hat? Bestimmt der Aufzug-Wärter-Typ. Der Aufzug-Wärter-Typ? Sie wussten wohl, dass eine große Sache im Gange war. Okay, bitte. Das war's. 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 Hey, Selina, recht? Wir sind hier, Sully. Wo bist du? Nach in der Luft. Ein paar Schorleinfahrzeuge sind unterwegs nach Norden. Werden wir wohl bald sehen. Ist euch beiden soweit gut? Es gab ein paar Problemen, aber soweit sind gut. Okay, gut. Meldet euch, ja. Ich bin immer gern auf dem Laufenden, okay? Wir versuchen es. Over und out. Okay, wir müssen über die Brücke rüber. Gut festhalten. Weh um, wir fangen zum Wasserfall. Ich kann nicht. Die Strömung ist zu stark. Nate? Feisthalten! Nate! Da, wir können die Felsen hochflettern. Okay. Okay. What's that? Okay. 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 Kapps on! Hey! Hey! Okay! Ist es okay? Der Baum ist nicht okay. Kapps on! Hier ist es, Ben! Kapps on! Hey! Okay! Wir sind okay! Der Baum ist nicht okay! Kapps on! Kapps on! Kapps on! Kapps on! Huh?